Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Spookies Haus auf Schamke Das ist die fünfte Folge Ja fünfte Folge Die wird aber leider Die wird jetzt aber Mittwoch kommen Das heißt Mittwoch Das sind die kommenden zwei Folgen Die fünfte und sechste Kann man nichts machen Ja ich bin in den letzten Taglich zum Aufnehmen gekommen Tut mir leid Aber Da ich nicht daheim bin Du kleine Mist gemacht alter Einfach so schnell über die Ecke rein und zack Ich krieg voll in die Fresse Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Okay Rechte Bein Alter What's going on? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin in den nächsten Tagen Hörer Bär der Ringe? Jetzt verhalten sie den Arm aber nicht rein Ich gehe dann mal weiter, das... ...verstört mich etwas... Jetzt lass mich vorbei! Dankeschön! Nein! Okay, das Grütze-Monster ist jetzt! Nicht da! Null! Alter! Fuck! Was zur Hölle geht hier vor? Das ist mir so verstörend! Auf so vielen Ebenen! Hä? Was ist das? Ey! Alter Schwede! Das Spiel ist echt krank! Das ist mir krank, ist creepy! Jetzt! Boah, ich bleib immer in den Ecken hängen! Du normaler Typ! Oh, na gut zu dank! What the fish is going on! Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Kawaii Spinne! Das Todes... Todes Schnitzel! Scheiße! Alter! ... ... ... ... ... ... ... ... nur derselbe raum jetzt so... strange 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 hä? manche raume rrrrra manche raume kommt's ja mit voneinander was ist los junger welche ich kenne werde ich sicher wieder in den falschen Weg kennen ich kenn mich ja Jaaa, hab's gewusst. Ey, ich bin gespannt, was uns am 500. noch einmal erwartet. Wartet wahrscheinlich wieder Spooky auf uns mit so nem Bildunggeschenk. Mal schauen, mal schauen. Unser Wichsgeist, man. Alter. Junge. Nein, nicht die. Was fangt mit F an und hört mit Uze auf? Flugluze, aha. Jetzt rennen. Oder was fangt mit T an und hört mit Iten auf? Ja, alles klar. Tiefkühlfritten. Verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich. Lauf, die schlappe, verwollt uns. Scheiße. Jaaa, du bist. Du mieset. Hu! Lauf, Digga, lauf, 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 lauf. Die hässliche Fotze kriegt uns gleich als Geld, wo es Geld gibt. Jaaa. Jaaa. 450. Oh nein. Bitte nicht wieder. Das hatten wir schonmal. Was ist kein Aufzug, Scheiße. Ach, mein Mann. Du siehst du doch heute, Scheiße. Ich glaub jetzt ist mir vorbei, aber trotzdem renne ich. Run, boy, run. Run, boy, run. She trying to catch you. Run, boy, run. Hallo, ich fähre gewaltigte E-Tasen schon. Jetzt geht er durch. Das ist Saus. Der Saus, Junge. Du Maul, Junge. Saus. Der kann eigentlich eh nix kaufen, oder sonst... Ist ja zu eng. Ein bisschen zu früh, Bitch. Du Spermatron. Scheiße. Boah, Junge. Mann. Hat diese Fotze tatsächlich gemüse drin gemacht. Ah, wohl. Oh, ich hab ne Idee. Okay. Okay. Ich hab so ne Idee. Ähm, vielleicht pennt der Sepp. Jetzt kommendes Wochenende bei mir. Und da zocken wir wieder ein bisschen. Da zocken wir wieder ein bisschen. Ratchet & Clank. Welches weiß ich noch nicht, aber ich hätte Bock wieder für All for One. Zu zweit. Wir haben aber keine Game-Tip-Tip-Card. Das heißt, wir müssten... Ähm, wir müssten uns da ne Kamer... Alter. Nein, 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 nein! Ah, guck dich drüber, Bitch. Fucker, Bitch. Kleiner Pie kusseln. So. Dann müssten wir uns aber ne Kamera hinstellen, weil wir ja keine Game-Capture... Keine Game-Capture. What the fuck bist du, Schiach? Müsst du uns nicht, weil wir einfach ne Kamera hinstellen, da ne Game-Capture-Card einfach zu teuer ist. Bumki! Wollte ich euch fragen... Ähm... Ob wir... Also ob wir das jetzt durchziehen sollen, dass wir das aufnehmen, trotz... mit normaler Kamera halt. Ob es euch eh nicht stört... wegen... Quali... Too early, Bitch. Wengler Quali, aber... Sollte ja nicht zu treibisch sein. Ey, Game-Capture-Card ist halt 180 oder so, so... Ist hier das Lidl-Confused-Brain, so. Oder einfach nur Janik. Ach... Alter... Ich schau mal mal... Wo wir die Kamera überhaupt nicht stellen... Ey... Alter... Ruch die Wand oder was? Was sehe ich da draußen? Das ist ja noch eine Wand. Schiiiida! Der Wall... Kommen schon 500 Räume ohne dass was passiert. Da kommt sicher noch irgendwas. Nein, doch nicht. Ich hab's gewusst. Well, here you are. Alive and still here. You just keep on going, don't you? Well, the next story is the big step for you. So enjoy and keep moving on. You little flashy limon. Okay. Password cheese. Ja, Leute, würde ich mal sagen, was das für diese Folge... Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch nicht vergessen. Abonniert auch nicht vergessen. Und so erzählen uns bei der nächsten Folge. Und nicht vergessen, wegen Ratchet & Clank Kids, und wir das jetzt machen sollen. Ja, tschau. Ja.